Das Hotel Wehala San Diego existiert nicht mehr, liegt in El Arenal, Sarenal in Mallorca. Die Mehrzahl der Hotelgäste empfiehlt das Hotel weiter, insgesamt hat das Hotel Wehala San Diego existiert nicht mehr. Eine weitere Empfehlungsrate von 52 Prozent. Vergeben wurden von den 295 Bewertenden durchschnittlich 3,8 von 6 Sonnen. Dies deutet darauf hin, dass es an einigen Stellen noch Verbesserungspotenzial bei dem Hotel gibt. Nun die Bewertungen im Detail, Lage und Umgebung. Eine gute Lage zeichnet sich durch die Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe. Gute Verkehrsanbindung, Bars und Restaurants um die Ecke sowie Entfernung zum Strand aus. Das Hotel bekommt für die sehr gute Lage eine Bewertung von 5,1 von 6 Sonnen. Service Für den guten Service des Hotels vergeben die meisten Gäste 4,2 von 6 Sonnen. Zimmer Die Zimmer des Hotels sind akzeptabel. Sie werden mit 3,5 und 6 Sonnen bewertet. Gastronomie Es sind zwar keine Sterneköche am Werk, aber für eine solide Wertung von 3,4 von 6 Sonnen hat es gereicht. Sport und Unterhaltungsprogramme Das Unterhaltungs- und Sportprogramm ist akzeptabel. Es wird mit 3,4 und 6 Sonnen bewertet. Hotel allgemein In der Kategorie Hotel allgemein bekommt das Hotel eine mittelmäßige Bewertung. Einige Gäste haben keine Probleme mit dem Zustand und der Sauberkeit des Hotels. Es erhält 3,3 von 6 Sonnen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.